Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Ja, Bowie ist mit dabei und wir machen Rollenspiel. Ich bin jetzt der Kerl und er ist das Vibe-Stück. Was? Ich bin das Vibe-Stück? Er ist das Vibe-Stück. Geh mir Bier holen. Los. Er soll sagen, mach mir ein Sandwich. Mach mir ein... Was? Warum soll ich ein Sandwich? Weiß nicht, sag... Ist das nicht der gängige Witz? Oh! Er ist hinter mir. Oh, oh. Oh, ich wollte nicht abschmieren. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Die Blutige da. Sieht dann nach Scream aus. Vielleicht mach ich doch mal das Totum. Hab schon das Zweite entdeckt, aber das Erste konnte ich nicht machen. Ah, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab halt noch nicht mal... Ich muss ja erstmal ein bisschen klarkommen, was ich überhaupt habe. Bist du in der Nähe? Verdammt! Rede mit mir, rede mit mir. Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Kann ich hin. Nein, ich bin... Wie hat er mich gesehen? Ich war ein Spind, also Barbecue hätte das nicht sein können. Ey, tatsächlich ist auch der Keller. Schlimmer geht's ja wohl nicht. Ja, die Runde ist schon wieder voll im Arsch, ey. Oh Mann, ey. Muss man mal ein Dainty machen und dann... Man kriegt die eh nicht hin. Er ist halt irgendwo bei mir. Ich hab ihn doch gerade gehört und wenn er... Wenn man ihn nicht mehr hört, dann weiß ich ja, dass er in seiner Form ist. Wieso, ich hab ihn abgelenkt. Oh Mann, ey, warum? Das hätte ihn doch gar nicht. Ja, GG, ey. Mach der hier den Generator kaputt und geht weiter weg. Weil es ist halt auch voll die Todesfalle hier. Ich meine, man muss mich gar nicht befreien. Weil wenn mich jemand befreit und er rennt in unsere Richtung, muss ich ihm entgegenlaufen. Weil ich ja sonst aus dieser Ecke nicht rauskomme. Und naja, Punkte. Ja, guck mal. Sie farben mich ab. Sie farben mich ab. Sie farben mich ab. Sie farben mich ab. Was? Ja. Ich meine, ich hab den... Der muss so nah gewesen sein, dass... Dass mein Perk anschlägt. Den hab ich nämlich nur auf eins. Aber er folgt der anderen sehr gut. So, gehen wir mal das. Oh. Oh, Hallöchen. Ach, du bist nicht verletzt. Das hat sich so angehört. Du hast so, woher gemacht? Ey, der war... Der war schon richtig weit. Warum ist der jetzt schon wieder... Das ist eigentlich ein Generator, den man eigentlich nicht machen sollte. Aber der war vorhin halt richtig weit. Da dachte ich so, okay. Oh, guck mal. Hat sie gut gemacht. Sie hat ihr Stalking überlebt. Oh, da ist noch einer. Ich kann mal hier nach. Oh, vielleicht fehlt der jetzt. Okay, er ist hier. Ja, mach mich. Okay. Ja, aber er rennt doch. Achso. Der einen hinterher. Okay, ich hab ihn halt nicht gesehen, weil er gegen den Baum... So, den sollten wir unbedingt lassen, der hier ist. Vielleicht im Haus einmachen. Oh, Gott, er ist da drüben. Oh, guck mal, noch einer. Ja. Oh, her kommt der jetzt. Er verfolgt die andere. Ich hab meins zur Hälfte. Du musst es retten gehen. Okay, die Claudia geht schon retten. Oh Mann, ey. Er ist im Haus. Ja, ich weiß. Ja. Oh, wie gemein, ey. Jetzt tunnelt der auch noch. Aber sie ist disconnected. Na toll. Ja. Das wollte sich nicht modeln lassen. Mann, warum in dem Moment hier ist übrigens die Falltür. Er ist bei mir. Er ist wieder im Haus. Oh. Okay, ich glaube, er hat den Generator im Haus für sich beansprucht. Immer ein bisschen. Oh, die andere hat er gestalkt. Vielleicht sollten wir wieder ins Haus. Oder ist er? Ja. Oh, die andere ist echt gut. Ja. Wenn man in dem Haus versucht, das zu beschützen. Er ist wieder im Haus, ja. Gibt's da einen Generator irgendwo außen? Ja, etwas weiter. Aber ist nicht weit. Er geht jetzt ein bisschen weiter weg vom Haus. Aber, ja. Hier ist halt auch nichts, oder? Mal kurz gucken. Er ist hinter mir her. Ja, wenn er mich kriegt, dann modet er mich. Aber ist okay. Für die Pints. Aber er verfolgt nicht lange, weil er hat Angst, dass ich mir einen Ton gemacht habe. Ja, das ist gut. Bloß nicht's trocken lassen. Ich gehe am besten bei dem, der draußen ist, noch machen. Ja. Dass er quasi wechseln muss. Wie konnte er denn jetzt? Hatte ich beide... Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Fähigkeit nicht. Bis zum Haus? Ja. Aber der ist jetzt bei einem Drittel wieder. Vielleicht kann er nur den letzten, oder? Kannst du sie holen? Ich versuch's. Da bist du aber in meiner Nähe. Er macht den Gerater kaputt. Er geht wieder. Oh Mann, ey. Er geht... Er geht jetzt zum Äußeren. Und jetzt geht er zurück. Also ich brauche nur noch ein Fünftel. Er ist hier... Er ist hier außen. Er macht die Palette kaputt. Oh, du bist gut. Er läuft zum... Generator, der rechts ist. Wieso, ich mach die Tür auf. Ich darf den Killer nicht angucken, sonst hört er das. Also ich bin da, wo der... Oh Mann. Wo der einen Ausgang aufgemacht, oder? Nein, ich hab aus Versehen aufgemacht. Welch, der linken oder den rechten? Da, wo der Generator fertig war. Ich hab keine Ahnung, tut mir leid. Ist einer der Ränder, ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß, wer er ist. Ja, er hört mich. Oh, bist du? Er wird mich von hinten. Au! Oh, hab ich mich erschrocken. Mein Gott. Ne, alles gut. Ich bin tot, wenn ich hänge. Geht bitte weg. Okay. Der Haken ist hier. Ja auch. Ja. Ist halt, guck mal, wenn er... Wenn er schleicht und man ihn anguckt, dann hört man so ein Geräusch und er weiß, dass jemand in der Nähe ist. Schade, es tut mir leid. Ich hätte halt nicht aufmachen. Obwohl, das hätte ja auch nichts gebracht. Aber ich wollte sie heilen und dann ist sie irgendwie... Das passiert dann manchmal, dass es abbricht. Ja. Ist ja schlimm, ist gut. Der Killer ist echt anstrengend. Also, ey, ich hab meine Daily durch. Oh, ich wollte sie schon abbrechen, weil ich keinen Bock hatte, mit einem anderen unterwegs zu sein. Aber ja, hat ja wohl geklappt. So. Ähm, ja. Das Erwachen. Sein Mori war grün, das heißt. GG sagt er, GG. Guck mal, da hat die eine total unberechtigt gelieft. Ja. Weil sie nicht gemoriert hat. Hat er auch gut gespielt, finde ich. Ist zwar auch cool, ich finde das immer schön, wenn sie die Generatoren so ein bisschen beschützen. Finde ich echt auch cool. So. Aber das, was du den durchgezogen hast, ist echt respekt. Naja, nicht wirklich. Ich meine, ich hab nicht durchgezogen. Ich bin halt immer wieder hin, hab mich versteckt. Er ist ja nicht weit weg suchen gegangen, weil er den anderen beschützen musste. Wenn, wenn nur noch so wenig Generatoren sind, ist es auch besser, wenn man sich aufteilt. Weil er den einen, der gemacht wird, so krass bewachen muss, dass du den dann nicht fertig bekommst. Wenn du aber generell noch einen zweiten anfängst, dann kann er nicht beide beschützen. Das ist halt dieses hin und her laufen, ist dann halt zu viel Zeit. Sehr gut. So. Das war's. Dankeschön fürs Zugucken. Gib mir doch ein Follow und ein Like. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid die Besten. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.